In New York City geht es heiß her. An Tag 13 der US Open zeigt sich Hollywood-Star Pierce Brosnan ziemlich flirty mit einer anderen Frau. Na, was ist denn da los? Gemeinsam mit seinem jüngsten Sohn Paris besucht der 65-Jährige das Tennisturnier. Aus dem Vater-Sohn-Ausflug wird jedoch vor Ort ein ungewohntes Dreiergespann. Pierce trifft beim Grand Slam auf Schauspielkollegin Vanessa Williams. Also warum dann nicht gemeinsam das spannende Tennis-Match verfolgen? Die beiden scheinen ziemlich vergnügt zu sein und jede Menge Spaß zu haben. Obendrein sieht die 55-Jährige seiner Liebsten doch ziemlich ähnlich. Na na, lieber Pierce, was wohl seine Kili zu diesen Bildern sagt? Natürlich ist ein bisschen Flirten erlaubt, doch der Ex-James-Bond-Dasteller würde nach 17 Jahren Ehe sicher nichts riskieren, was seine Frau verärgern könnte. Zumal Sohn Paris an seiner Seite ist. Das Vater-Sohn-Gespannt macht Seite an Seite übrigens im lässigen Stil eine wirklich gute Figur. Pierce mit stylischer Sonnenbrille und Hemd und Sohn Paris im Casual-Lederjacken-Style. Ein Auftritt, bei dem der Sport beinahe zur Nebensache wird.